Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer wenn es heißt, die Bonnys sind am Werk, geht es rund. Auch hier nun bei den Amadeus Junior Specials in Lamprichshausen in Salzburg. Soeben der Nationenpreis zu Ende gegangen mit einem famosen niederländischen Sieg. Aber die Einzelwertung für die individuellen Reiter holte sich das heutige Geburtstagskind, nämlich aus Ungarn. Vybarka Bositz. Vybarka, konkret. Jetzt kann ich ja Deutsch sprechen mit dir. Ja, Gott sei Dank. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Du hast ja heute Geburtstag auch noch. Wir haben dich heute schon gesehen im Nationenpreis bei den Schilderinnen mit Viador. Da hat es noch nicht so ganz gut geklappt, aber Ami war heute sensationell unterwegs. Ja, meistens ist sie die Bessere und ja. Jetzt warst du fehlerfrei bis zum letzten Hindernis. Es wäre, glaube ich, ein schönes Geburtstaggeschenk gewesen, wenn es heute ganz fehlerfrei geblieben ist. Aber hättest du geglaubt, dass du mit dem einen Fehler am letzten Hindernis überhaupt jede Springer gewinnen kannst? Also ich habe sehr gehofft, dass es so bleibt, dass kein anderer fehlerfrei ist. Und wie die letzte Reiterin auch bis zum dritten, also bis zum letzten Hindernis fehlerfrei war, habe ich dann so nachgedacht, okay, zweiter Platz ist auch gut. Und ja, und dann... Ist es doch noch das Geburtstagsgeschenk geworden. Jörg, wie alt bist du heute geworden? 14. 14 Jahre, also zwei Jahre Pony, aber Abschied bei den Schilderinnen. Schmerzt es? Ja, eigentlich schon. Weil ich habe noch, also ich habe kein Pferd gehabt, mit dem ich im Schilderinnen geritten konnte. Und ich habe nur mit dem Pony geritten. Also ja, also das war mein erstes und mein letztes Jahr im Schilderinnen. Ja, Viador ist ein ganz ein befahrenes Pferd. Ich habe den schon oft hier gesehen, am Dorné, aber immer mit verschiedenen Reitern. Wieso wechselt Viador so oft die Reiter? Weil es ein Hengst vom Stadt ist und jedes Jahr einen anderen Reiter bekommt. Also die letzte Reiterin im Schilderinnen. Bekommt ihr das Pferd zur Verfügung gestellt und dann heißt es auch wieder Abschied nehmen von Viador? Ja, also ja. Aber dann möchten wir, dass du vielleicht noch morgen den großen Preis genießen kannst. Also vielleicht klappt es noch einmal, dass wirklich alle Stangen liegen bleiben und du vielleicht noch einen vorzöhnlichen Abschluss hast mit aus dem Schilderinnenbereich und mit deinem Viador. Ja, ich hoffe es.